Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Verstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt als Preview die Galgenberg an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Yogi von der Modding-Welt. Wird es, wenn alles optimal läuft, im Mod-Hub für PC, Mac erscheinen, sowie für die Konsolen? Das steht aber noch nicht hundertprozentig fest, aber im Optimalfall soll es so sein. Und im Optimalfall kommt die Karte auch so 1 zu 1, wie ich sie jetzt euch hier zeige. Yogi hat die hier mir zur Verfügung gestellt, dass ich sie euch schon mal zeigen kann. Vielen Dank dafür, sehr, 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 sehr freundlich. Kann aber noch ein bisschen dauern für alle von euch, bis die Karte dann auch im Mod-Hub erscheint. Also bitte etwas Geduld. Nun, generell erstmal, die Galgenberg spielt in Kirchen, wenn ich es richtig ausspreche, den Ort. Das ist ein Teilort einer großen Kreisstadt, Einingen, an der Donau, am Rande der Schwäbischen Alb. Also im Süden von Deutschland. Ja, die Karte ist angelehnt an die landschaftliche Darstellung des Ortes mit einem Original-Nachbau eines Haupthofes sowie den Straßenverläufen. Das heißt, wir haben hier die Region, wo Yogi ungefähr herkommt, sage ich jetzt mal. Und da hat er sich jetzt dementsprechend so einen Ort halt rausgenommen, hat einen Hof, den größten Hof, den es dort gibt, original nachgebaut. Und den Straßenverlauf dementsprechend auch und der Rest halt so, wie es dementsprechend von der Optik her passt. Das ist schon mal eine schöne Sache. Wir haben keine Multifrüchte mit hier auf der Karte. Ja, dafür haben wir, wie gesagt, den Ein-Original-Nachbau des größten Hofes. Das ist hier in dem Falle Sektor 86. Schauen wir uns gleich an. Wir haben sechs weitere bespielbare Höfe, also insgesamt sieben Höfe auf der Karte. Wir haben einen freien Platz zum Bauen für Produktion oder whatever. Wir haben 100 Felder in Kombination mit Wiesen und Forstgebieten, sodass jeder dementsprechend hier auch was hantieren kann. Wir haben Verkaufsstellen, je nach Zählweise so sieben bis acht Stück, je nachdem. Also bei manchen gibt es mehr, bei manchen gibt es weniger, aber ungefähr sieben bis acht Stück. Je nach Zählweise, was Verkaufsstellen angeht. Wir haben Produktionen mit auf der Karte. Die sind hier im Schwierigkeitsgrad einfach, auch schon alle in unserem Besitz, beziehungsweise eventuell auch in der Preview-Version. Kann sein, dass ihr das später separat kaufen müsst. Ich habe sie jetzt hier schon alle mit dabei. Dazu gibt es neben diesen Standardproduktionen, wie ihr hier seht, auch ein bisschen Custom-Gedöns. Also auch eine wunderbare Sache. Wir haben eine kleine BGA. Wir haben einen Pferdehof, der speziell dann für Pferde ist. Wir können das Wasser von Flüssen und Teichen kostenlos entnehmen. Dann Wälder sind, wie gesagt, hier im Außenbereich ordentlich da für alle Forstleute. Und die Karte ist auch für Precision Farming vorbereitet. Gut, schauen wir uns das Ganze an. Wir starten auf Schwierigkeitsgrad einfach einmal hier oben. Da ist nämlich dementsprechend auch hier gleich ein Vielmarkt, beziehungsweise dementsprechend hier so eine Art Stall. Und wir sehen hier auf Schwierigkeits-Einfahrt Sektor 91, 86 und 33 gehört uns in dem Falle sofort mit dazu. Aber wir starten halt hier. Ja, das ist eine wunderbare Sache hier. Da haben wir dann hier dementsprechend so einen Stall. Und dann sehen wir auch hier schon, Moin Moin, Tierhaltung, hessischer Kuhstall. Das ist im Endeffekt hier unser Warngedöns, also sprich unser Tiergedöns, wo wir unsere Tiere holen können. Wunderbar, gleich hier mit dazu. So, wenn wir dann einmal gleich auf dem Berg stehen, können wir dann natürlich auch hier mit nach unten, wo wir dann auch schon die kleinere Ortschaft hier mit haben. Und die Karte setzt sehr viel Wert auf Optik. Und das sieht man auch, kaum ist man in den Ort drin, geht es dann dementsprechend hier schon mit weiter. Genau, speichert du erst mal. Wie schön geht es nämlich hier auch gleich schon mit weiter. Wir haben jetzt einmal hier gestartet und haben dann hier jetzt schon die erste Produktion. Das ist das Vermändersilo. Da kommt auch gleich noch ein Hofhaus in dem Falle mit dazu. Und dann hier hessischer Kuhstall. Alles, Pferdestall mit drin, Bäckerei. Das ist alles dann gleich mal hier mit drin. Und ihr seht auch schon, hier können wir uns einmal umziehen. Also das ist so ein normales Farmhaus. Ich kann auch hier einmal schlafen gehen, wenn ich das Ganze will. Wenn ich den Sektor hier, das gehört uns dem Falle auch schon, können wir das Ganze dann einmal Unterstellmöglichkeiten hier haben. Alles in dem Falle mit drin. Alles schick, alles schön. Kommen wir hier. Seht ihr, haben wir dann dementsprechend leider noch einen Kuhstall hier mit dabei und so weiter. Und sofort Silo hier noch mit drin. Also da haben wir im Endeffekt unseren ersten Hof. Und ihr seht schon, steiltechnisch gesehen, alles wunderbar. Was ich am Anfang vergessen habe zu erwähnen, ihr braucht viele Mods aus dem Mod Hub. Aber, also Zusatzmods, um auf der Karte spielen zu können, meldet euch das Spiel aber auch. Also sprich, ihr braucht jetzt separat erstmal nicht weiter irgendwo extern noch mit Downloaden. Läuft alles in dem Falle über Mod Hub. Gehen wir mal zu dem Hof in dem Falle, wo wir hier das meiste haben. Sprich, der größere oder der größte in dem Falle. Da sind wir nämlich, ne, hier nicht, hier. Da sind wir nämlich einmal dementsprechend hier unten drin in Sektor 86. Ja, und da seht ihr schon, hier ist dann auch gleich noch ein Bild produktionstechnisch gesehen, alles mit dabei. Ne, und ringsherum dann noch ein paar Felder mit dazu. Startequipment gehört euch natürlich ohne Frage. Ne, sei es jetzt hier, ne, der kleine Waltra, ne, Spritze, Krupper, Flügel, Güllefässer, alles halt mit dabei. Und die Tierställe sind natürlich auch gleich mit drauf verbaut. Braucht ihr euch auch erstmal separat, um nichts weiter zu kümmern. Was hier gleich noch wunderschön mit drin ist, ne, offene Hühnerheide, das ist schön. Aber hier haben wir dann gleich noch ein paar Gewächshäuser. Und wie ihr ja hier auch seht, haben wir eine Butterherstellung. Die können wir hier einmal öffnen. Mache ich mal kurz hier ein Flight-Modus aus. Machen wir hier ein bisschen langsamer. Und dann könnt ihr hier auch Butter herstellen, halt im kleineren Stil. Also das Ganze ist nicht so auf Massenproduktion ausgelegt. Hier hinten könnt ihr dann Käse herstellen. Das ist halt eins in, ne, also so zwei, was in einen drin. Das ist halt nicht auf Massenproduktion ausgelegt. Das ist auch die Karte generell auch nicht, ne. Sondern halt eher so ein Bittelhof-Bergmann-Style nenne ich es jetzt mal. Wenn wir dann einmal hier weitergehen auf den Hof, haben wir dann natürlich hier auch nochmal separat ein Farmhaus mit dazu. Ne, äh, ganz klar haben dann alle Höfe in dem Falle mit drin. Und natürlich auch scheitert es hier auch nicht an Unterstellmöglichkeiten. An dem großen Hof habt ihr natürlich gleich das komplette Equipment mit dastehen, ne. Neben den Treckern und allen mit, äh, alles hier mit dabei. Ne, Jungtier-Kuhstall. Äh, auch immer abseits von der Stange, ne. Sind zwar dann separate, äh, separat-Mods, also Zusatz-Mods in dem Falle. Aber trotz all dem natürlich kein Giants-Standard. Und ihr seht, ihr kommt hier überall mit ran, überall sind Icons. Könnt ihr eigentlich in dem Falle nix verdatteln. Und ihr seht auch schon, das sind hier in den Stall nochmal separat, ähm, in unterschiedlichen, äh, unterschiedliche Zonen eingerichtet, ne. Hier passen jetzt 85 rein. Hier drüben passen dann dementsprechend nur 10 mit rein. Ne, sind aber weiterhin die, die Standard-Kühe. Also das ist so vom Spiel her soweit alles noch normalo. So, Heizomat, können wir hier einmal mit rangehen. Da haben wir nämlich einmal die kleine Heizanlage. Da kommen Hackschnitzel rein. Strom bekommt ihr dann am Ende des Tages wieder raus. Das ist auf jeden Fall eine kleine, nette Geschichte hier. Weil der Stall muss ja theoretisch gesehen auch mit irgendwas betrieben werden. Ja, und so dementsprechend für die, für den Realismusgrad, sagen wir es mal einfach so. Dann hier so eine kleine Anlage mit drin, ist auf jeden Fall nett. Genauso können wir hier in den Stall, wenn ich hier nicht so dick wäre, äh, auch überall hier mit rumgehen, ne. Also auch alles voll begehbar in dem Falle mit dazu. Ist eine wirklich schöne Sache. Könnte vielleicht für den einen oder anderen, äh, Roleplay-Spieler auch etwas sein, ne. Aber das muss dann jeder bekanntermaßen für sich entscheiden. Das wisst ihr ja. So, gehen wir einmal wieder raus. Mach ich einmal hier wieder unseren Flight-Modus in dem Falle mit an. Ne, das ist dann einmal, wie gesagt, die komplette Stallanlage hier. Seht ihr auch, ist ein bisschen größer das Ganze. Hier haben wir dann einmal auch noch unseren, wenn ich reingehe, ne, wählen sie das Produkt, was möchten sie kaufen. Also dementsprechend Kaufstation, noch Separé mit dran. Hier halt der Riesenstall. Hier halt dann überall das Equipment, Gülle-Lager und Co. Ne, ihr seht, so groß, also er wirkt ja erstmal relativ groß, der, der, der Hof hier. Ne, ist es gar nicht. Es ist relativ alles hier auf einer Linie. In dem Falle mit dazu zieht sich dann einmal noch bis hier hinner. Ne, dann noch hier drüben. Da haben wir dann dementsprechend noch ein paar Silos, äh, mit dazu. Und das ist es dann gewesen, weil da hinten halt noch ein paar Unterstellmöglichkeiten, ne. Wie gesagt, daran wird es nie scheitern. Miss Trigger in dem Falle. Und hier sind wir dann auch schon wieder mit an der Straße dran. Und hier haben wir auch das Orteingangsschild von den Kirschen. Wenn ich es richtig ausspreche, ich hoffe es hier im Alp-Donau-Kreis. Thema Felder. Wie gesagt, wir haben ja 100 Felder hier an der Zahl, laut, upala, 100 Felder an der Zahl hier, laut, äh, Angabe vom Mörder. Ne, und ihr seht, die Felderformen sind auch wild durchgemischt, ne. Wir haben, wie zum Beispiel hier, äh, quadratisch praktisch gut, ne. Haben wir aber auch ein bisschen abgerundete Dinge, ne, ein bisschen schräger, ein bisschen hier, ein bisschen da. Dass wir auch ein bisschen, ähm, ja, Abwechslung mit drin haben. Die quadratisch praktisch guten sind trotzdem, äh, mit dabei. Sollte aber generell auch für Giants-Helfer jetzt nicht das Problem darstellen, ne. Also das müsste eigentlich alles soweit passen. Ne, ansonsten sind die Felder, ne, auch in den wildesten Formen. Mit dazu, wir haben ein paar Höhen, wir haben ein paar Tiefen mit drin, also nicht alles nur Flachland. Ist klar, wir sind ja hier nur relativ im Süden, äh, mit dabei. Es gibt KI-Verkehr. Wir haben überall dann dementsprechend hier so ein paar Schilder, wo wie was hingeht, ne. Lauterbach, Kirchen und Co. Ne, und KI-Verkehr überall mit drin. Wir haben hier noch, ähm, die Dinger. Also sprich, die Ortsgrenzen, beziehungsweise Map-Grenzen. Die sind dann zum Beispiel mal so gestaltet. Sieht man auch, äh, relativ selten, muss man sagen. Ist aber gut gemacht, ne. Ne, so kommt man nicht dahinter. Der Rest ist wunderbar mit Bäumen so zugezogen, dass es da auch, äh, generell weniger Probleme gibt. Thema Holz, wie gesagt, äh, gibt es genug Wälder. Die haben gerade jetzt hier im Norden, wir sind jetzt im Süden hier der Karte, äh, auch wunderbare Zugänge. Ne, also hier dient das ganze Meer, um uns zuzumachen. Aber wenn wir uns in Richtung Norden der Karte hier bewegen, zum Beispiel hier nach oben, wo wir noch die Apfelbäume noch stehen, kommen wir gleich noch dazu. Ne, seht ihr, haben wir hier einmal so ein riesiges Forstgebiet. Könnt ihr auch sektor-technisch gesehen hier alles kaufen, ne, relativ groß. Aber trotz all dem, wenn man sich hier schaut, da wollen sie jetzt 627.000 für das riesen Ding haben. Ne, da kommt man so oder so mit Plus raus. Also das ist alles recht gut kalkuliert. Ne, und dann könnt ihr euch hier dementsprechend auch mit austoben. Ne, der Boden sieht gut aus. Das Sägewerk gibt es natürlich auch mit auf der Karte. Es gibt ein paar Feldwege hier, die dementsprechend auch mit dazu führen. Also das ist alles soweit mehr als in Ordnung. Wenn wir dann gerade mal hier schon in der Nähe des Waldes sind, haben wir ja gerade hier gesehen, haben wir eine ganze Menge Apfelbäume. Die stehen nämlich hier mit rum. Ne, das sind nicht nur solche kleinen, sondern schon relativ große Oschis generell hier mit dazu. Und dann seht ihr, jeder Apfelbaum hat dann hier separat ein Produktionswerkzeug. Und mit Wasser- und Mistanlieferung bekommt ihr dann halt Äpfel raus. Das ist mal was Besseres als hier diese typischen Gewächshäuser, die es generell gibt. Ne, also wir haben jetzt hier einen kleinen Garten, die schauen wir uns auch noch mit an, ne, wo ihr Tomaten, Salat zu machen könnt. Aber hier halt die Apfelbäume, Wasser, Mist anliefern, dann kriegt ihr dementsprechend Äpfel mit raus. Ne, und dann lübt das Ganze auch hier schön so in der freien Natur mit dabei. Und wenn ihr die Äpfel generell dann macht, könnt ihr sie auch noch weiterverarbeiten in der Apfelsaftproduktion. Das ist nämlich einmal hier, ne, die liegt so ein bisschen oberhalb des Ortes hier. Und ihr seht auch schon, es ist relativ klein, alles relativ süß, ne, und so weiter und so weiter. Also ihr braucht ja nicht mit Riesenmaschinen theoretisch gesehen anzukommen. Und dann seht ihr, haut ihr die geernteten Äpfel rein, tut Wasser mit dazu und dann bekommt ihr Apfelsaft mit raus, was dann auch, wie gesagt, das Custom, ja, die Customproduktion in dem Falle mit ist. Mit 192 Zyklen im Monat auch relativ angenehm. Wie gesagt, ist halt wirklich alles so im, ich nenne es mal ein bisschen Hofbergmann-Style, ne. Deswegen, die Gärten, ne, sind dann einmal hier mit dazu. Das ist auch schön. Die sind jetzt nicht direkt am Hof oder sonst was, sondern die sind halt so ein bisschen außerhalb hier. Kommen wir dementsprechend rein, beziehungsweise reingehen hier. Kommen wir das Ganze einmal aufmachen. Und da haben wir hier wirklich solche kleinen süßen Gärten. Ne, wunderbar, drei Stück hier mit anderer Zahl. Und auch da könnt ihr es wieder über das übliche Symbol hier machen. Und da habt ihr dann eure Tomaten, Salat, Erdbeeren mit drinne. Und das Ganze gibt es auch in zwei Varianten, wie ihr hier seht. Ne, also einmal mit den, äh, mit Dünger und einmal für die Biobewussten, äh, mit Mist, ne. Und ihr seht auch hier, Gartensubstrat ist da noch als neues Produkt in dem Falle mit dabei, was ihr hier mit hinzufügen müsst. Ne, und dann halt das übliche und dann bekommt ihr halt Tomaten und Co. mit raus. Wenn wir uns das Ganze einmal hier im Shop mit, äh, angehen, dann sehen wir das Ganze auch hier. Saatgut, Mineraltünger, Kalk, Weizen, Schweinefutter, Hafer, Streusel, Mist. Gibt es alles in diesen kleinen Packungsformen. Und da habt ihr auch das Gartensubstrat hier mit dabei. Das gehört halt mit dazu. Könnt ihr kaufen. Fünf Euro für 50 Liter. Ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das Problem. Ne, also von daher kann man das machen. Habt ihr hier die zwei, äh, die drei Gartenanlagen. Joa, ansonsten gibt es die kleine Heizanlage. Die haben wir uns schon angeschaut. Wir haben das, äh, Fermenter-Silo. In dem Falle hier mit auf den, äh, Einhof mit drauf. Die Heizungsanlage können wir. Wir haben hier noch eine Heutrocknung. Einmal mit drin, die hier im Stall gleich noch mit integriert ist. Butterproduktion, Käseproduktion haben wir uns angeguckt. Bäckerei ist soweit Standard, wie man's, äh, wie man's soweit kennt. Ne, mit Brot und Kuchen. Ne, dann halt hier die, die ganzen Gärten und die Apfelbäume. Ne BGA, wie gesagt, gibt's in dem Fall auch noch. Ne, ist klar. Aber das ist alles hier erst mal soweit mit drin. Ansonsten gibt es neben den ganzen Haupthof plus die zusätzlichen Höfe halt generell so vieles rein optisch gesehen zu betrachten. Ne, das ist dann eher, wenn ihr, äh, wenn ihr über die Map spielt und, und fahrt und so, werdet ihr da halt vieles sehen. Sei es jetzt von kleinen Details, ob nur hier ein paar Schilder sind oder hier ein paar Deko-Objekte, etc. Ne, oder halt generell was Soundeffekten mit angeht. Ihr habt's grad gehört, ne, so Vögelzwitschen immer mal hier und da. Ja, KI-Leute latschen hier natürlich auch mit rum. Ne, das ist halt alles hier rein, äh, rein für die, für die Atmosphäre mitgedacht. Und das trifft die Karte wirklich sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Wie gesagt, ich kenn den originalen Ort nicht, war noch nie in der Region, muss man auch mit dazu sagen. Deswegen kann ich mir da kein Urteil drüber bilden, inwiefern nah das jetzt an der, an der Richtung ist oder halt nicht. Ne, muss es aber ohne, es wird viele von euch gehen, die aus der Ecke kommen und die können das dann dementsprechend besser bewerten. So oder so ist aber die Galgenberg, ähm, schon hier wirklich guter Top-Favorit, muss man wirklich sagen. Neben den ganzen vielen Höfen, sodass man auch hier, wenn ich das Ganze zum Beispiel kaufe, zack, ne, hab ich ja Zugriff, äh, da drauf, kann man das Ganze nicht nur im Singleplayer hier nutzen, obwohl das eine ideale Singleplayer-Karte ist, muss man mal mit dazu sagen, aber man kann das Ganze auch wunderschön im Multiplayer halt einfach machen. Und was willst du mehr? Ne, hier ist es im Übrigen ein Stall, der dann hier mit, äh, mit dazugehört, ne, Fachwerkschweinestall in dem Falle. Und, äh, ja, somit ist das auch eine 1A-Karte, um einfach im Multiplayer mit seinen Freunden spielen zu können. Das ist im Übrigen noch der Händler hier. Ist okay, ne, ist also ein Stallgebäude, da werden die Dinger hier mit abgemacht, aber auch viel Deko hier mit draußen dran, dass das so passt. Ne, einmal hier Werkstatt noch mit, mit drinne, ist, ist mehr als in Ordnung. Man muss ja immer auch bedenken, dass, äh, Jogi die Karte für die Konsolen mitbringen will und da muss man halt immer mal wieder bei Einschnitten und Einschränkungen generell machen. Aber sollte das Ganze wirklich so durchgehen, was ich natürlich für ihn hoffe, dass es für die Konsolen kommt, äh, dann ist das trotz all dem sehr, sehr gut, ne, also sieht man wenig Einschnitte generell, die man hier machen musste. Es gibt im Übrigen, wie ihr hier seht, ne, Totals. Ist auch mit integriert. Ne, ne, nochmal so nebenbei. Ne, nochmal so nebenbei. Ne, also wirklich sehr, 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 sehr schön. Ähm, hoffen wir mal, dass die Karte 1 zu 1 so hier rauskommen kann. Es gibt hier und da noch ein paar kleine Kleinigkeiten in der Preview, die noch nicht so ganz sind, wie zum Beispiel hier oben bei den Händlern, dass das Icon zu weit oben ist. Aber dafür ist eine Preview, das kann ja gefixt werden. Das ist jetzt nicht das Problem, ne. Aber ansonsten ist mir jetzt hier erstmal Separi nix weiter mit aufgefallen. Und der Rest, den erkundet ihr dann, sobald die Karte draußen ist. Hier zum Beispiel noch das Sägewerk. Will ihr euch ja auch nicht alles mit vorabnehmen, deswegen hier nur kurz und kompakt. So oder so, wunderschöne Arbeit. Gute Arbeit, muss man wirklich sagen. Schönes Ding. Und da können wir gespannt sein, wenn es soweit ist. Lok ist soweit sauber. MB-Zahl ist auch in Ordnung. Irgendwas um die 3,40, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, ist für die Details, die hier mit drauf sind, mehr als vertragbar. Nun, Download-Link inklusive Bewertung. Kann ich euch noch nicht in die Videobeschreibung hauen, aber ich haue schon mal die Bewertung mit rein. Download-Link haue ich dann mit rein, wenn es soweit ist. Da informiere ich euch auch nochmal über Community-Posten. Hast du alles nicht gesehen, wenn es soweit ist. In dem Sinne, danke nochmal, Jogi, fürs Bereitstellen für die Karte. Ich hoffe, hat dir soweit gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut da rein. Tschüss, Sikowski. Tschüss, tschüss.